Iron Man. Deadpool. Robin von Batman. Endlich, voll normale Leute. Das ist nicht so diese typische Beraterfilme. Oh. Cut. Es ist aber nicht so, dass ich mich in irgendeiner Form ein- oder auschecken muss, sondern das ist halt Vertrauensarbeitszeit. Mir wurde immer sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ich habe da noch nie irgendwie Probleme gekriegt mit meinem Chef. Neueste Technologien wie Framework und Tools und Infrastruktur, Erfahrungsaustausch, jede Menge Spaß. Man wird auch aktiv gefragt, was interessiert dich denn, was kannst du übernehmen und dann meldet man sich entsprechend. Innerhalb dieser drei Projekte habe ich mit sehr verschiedenen Technologien gearbeitet und hatte auch die Gelegenheit, immer wieder neue Technologien dort auch einzubringen. Als ich dann die netten Kollegen dann auch noch kennengelernt habe, dann war ich vollends überzeugt, dass ich hier richtig bin. Gelegenheit Untertitelung des ZDF für funk, 2017